Herzlich Willkommen auf der Lebensreise zum Glück, der Podcast für Body, Mind & Soul, also für ein glückliches Leben. Ich bin Dirk und ich freue mich, dass Du auch auf dieser Etappe wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Episode geht es um den Unterschied zwischen etwas zu versuchen oder etwas zu tun. Denn allzu oft wird der Begriff versuchen als, ja, sozusagen vorausgesetztes Scheitern interpretiert. Doch ist das überhaupt richtig? Nun, wir werden es in dieser Episode herausfinden. Ich wünsche Dir viel Freude auf unserer heutigen gemeinsamen Reise zum Glück. Im Zen-Buddhismus gibt es einen Spruch, der lautet, tue es oder tue es nicht, aber höre auf, es zu versuchen. Dieser Spruch wird immer wieder zum Anlass genommen, über den Unterschied von tun und versuchen zu diskutieren. Und zwar außerhalb des Zen-Buddhismus. Also sozusagen adaptiert auf unseren Alltag. Doch geht das so ohne weiteres überhaupt? In einem Seminar hatte der Seminarleiter seine Teilnehmer, die ja alle auf Stühlen gesessen haben, dazu aufgefordert, zu versuchen, aufzustehen. Darauf gab es dann so ein großes Raunen in der Gruppe und ziemlich viele verunsicherte Gesichter. Denn keiner wusste so genau, was soll man damit jetzt anfangen. Und dann kam die Begründung, dass es nicht geht. Also entweder man steht auf oder man lässt es. Aber versuchen aufzustehen, das würde nicht funktionieren. Doch ist das wirklich so? Was wäre, wenn die Teilnehmer noch nie in ihrem Leben aufgestanden wären? Sie wüssten also gar nicht, wie es geht. Was wäre dann? Würden sie sich dann mit ihren Armen an den Stuhllehnen abstützen, hochdrücken und mit wackeligen Beinen versuchen aufzustehen? Oder was wäre, wenn die Teilnehmer einen Sack mit 100 Kilogramm auf ihrem Schoß hätten? Wenn ich also weiß, dass 100 Kilogramm auf meinem Schoß liegen, dann ist es eventuell nicht mehr so, dass ich einfach es tun kann, sondern dann kann ich es bestenfalls versuchen und mein Bestes geben. Dinge, die wir schon können, die tun wir meistens, ohne es zu versuchen. Es sieht aber schon ganz anders aus, wenn wir in der Vergangenheit zum Beispiel öfters die Erfahrung gemacht haben, in einer Sache zu scheitern. Dann werden wir eher den Begriff versuchen verwenden, weil wir ja davon ausgehen, dass es wieder einmal nicht funktioniert oder weil wir eben aufgrund der Vergangenheit Zweifel haben. Wer also, um jetzt mal bei dem Beispiel von diesen 100 Kilogramm im Schoß zu bleiben, in der Vergangenheit schon mehrmals versucht hat, mit diesem Gewicht aufzustehen und es nie gelungen ist, der wird es ganz sicher mit der Annahme versuchen, dass es wieder nicht klappt. Jetzt kommt noch was Spannendes hinzu, denn wenn derjenige seit seinem letzten Versuch bis zu diesen 9 nichts in seinem Leben verändert hat, also zum Beispiel nicht seine Beinmuskeln trainiert hat oder sich Unterstützung von jemand anderem holt, der ihm eventuell beim Aufstehen hilft oder sich sonst irgendwie zu einer anderen Lösung verholfen hat, dann hat derjenige wenig bis gar keine Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Er hat berechtigte Zweifel und ist meistens auch verzweifelt, wenn er es trotzdem tun muss. Sollte die Person jedoch in der Zwischenzeit trainiert haben oder auf eine andere Lösung gekommen sein, dann existiert die Hoffnung, es bei diesem Versuch zu schaffen. Er ist dann frohenmutes und hoffnungsvoll. Ob wir also davon ausgehen, ob ein Versuch gelingt oder eher nicht, hängt unter anderem mit unserer Vergangenheit und den gemachten Erfahrungen zusammen und ob wir etwas an den Grundvoraussetzungen verändert haben. Wie soll Einstein so schön gesagt haben, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Und das erlebe ich immer wieder, dass Menschen nichts an ihren Voraussetzungen verändert haben, dann etwas erneut versuchen und sich bestätigt fühlen, dass es wieder nicht geklappt hat oder verzweifeln. Jedoch es konnte ja gar nicht funktionieren. Allerdings gibt es im Leben auch Situationen, in denen wir etwas nur versuchen können, weil wir das Ergebnis zum Beispiel gar nicht beeinflussen können. Wer zum Beispiel Lotto spielt, der versucht, im Lotto zu gewinnen. Da kann man schlecht sagen, ich gewinne jetzt im Lotto. Okay, sagen kann man es schon, es wird nur nicht unbedingt funktionieren, auch wenn es sicher den einen oder anderen gibt, der glaubt, dass man nur ganz fest daran glauben muss, es innerlich visualisieren und schon fühlen, wie man gewonnen hat. Und dann gewinnt man auch. Sagen wir mal so, das Universum ist in seinen Möglichkeiten nicht auf einen Lottogewinn reduziert. Es gibt unendlich viele Varianten, wie es jemandem Geld zukommen lassen kann, wenn es das richtige ist. So, aber zurück zum Versuchen. Denn Versuchen im Sinne von Experimentieren beinhaltet eine Offenheit gegenüber dem Ergebnis. Man weiß nicht, was dabei herauskommen kann, deshalb versucht man es ja, um eben das dann rauszufinden. In dem Wort Versuchen steckt das Wort Suchen. Man sucht also das Ergebnis, das, was beim Tun herauskommt. Man probiert also etwas aus, auch mit dem Wissen, dass man scheitern könnte. Somit ist Versuchen doch eher eine positive Eigenschaft. Warum ist dann das Wort Versuchen bei vielen eher negativ belegt? Weil etwas zu versuchen auch scheitern beinhalten kann. Und wer etwas versucht, dem wird unterstellt, dass derjenige schon praktisch damit gerechnet hat, dass er scheitern wird. Und einige verwenden das Wort Versuchen auch als Rechtfertigung für ihr Scheitern. Ich habe es ja wenigstens versucht. Was auffällt? Es geht also eher um das Scheitern. Doch mal unter uns, was ist am Scheitern eigentlich negativ? Ich glaube, es wäre viel wichtiger, sich mal über das Wort Scheitern Gedanken zu machen, als über das Wort Versuchen. Denn Scheitern ist immer noch bei ganz vielen negativ besetzt und somit haben viele Angst vorm Scheitern. Und wenn ich Angst vorm Scheitern habe, ja, dann ist es doch gut, wenn ich eine Ausrede habe, die mir hilft, besser mit dem Scheitern umzugehen. Ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Das Versuchen mildert das Scheitern. Nicht nur bei sich, sondern eben auch in den Augen der anderen und das ist meistens der Hauptgrund. Dabei ist Scheitern absolut wichtig. Wir können so viel davon lernen und nur wer etwas wagt und ausprobiert, also etwas versucht, der kann zwar scheitern, aber auch nur derjenige kommt weiter. Unter uns, ich sehe Versuchen eher als positiv. Versuchen als innere Einstellung bedeutet für mich, offen neu im Gegenüber zu sein und Dinge einfach mal zu wagen, es einfach einmal auszuprobieren, eben zu versuchen, auch wenn man scheitern könnte. Und ich habe schon ganz oft in meinem Leben Dinge versucht. Sei es, dass mich ein Freund zu einer Sportart eingeladen hat, die ich noch nicht kannte und ich es einfach versucht habe. Oder ich in fremden Ländern das Essen dort versuche, um herauszufinden, ob es mir schmeckt. Und da waren auch schon das ein oder andere Scheitern sozusagen dabei. Allerdings bin ich meistens zu 100% bei der Sache. Halbherzig ist keine Option, denn dadurch beraube ich mich ja nur selbst einer neuen Erfahrung und neuen Erkenntnissen. Und ich denke, das ist der eigentliche Punkt, den viele meinen, wenn es um den Unterschied zwischen Versuchen und Tun geht. Mache ich eine Sache 100% und bin ich auf das Gelingen fokussiert? Oder mache ich es halbherzig und es ist mir egal, wenn es nicht klappt? Und wenn es nicht klappt? Na und? Scheitern gehört dazu. Wenn Kinder laufen lernen, dann tun sie das sozusagen von Fall zu Fall. Also hinfallen und scheitern passiert. Doch mit jedem weiteren Versuch lernen die Muskelnerven und Synapsen und es wird besser und besser. Deswegen versucht ein Erwachsener kaum noch zu laufen, er tut es einfach. Aber um es einfach tun zu können, waren viele Versuche notwendig. Deshalb wäre meine Quintessenz. Versuche es mit ganzem Herzen und zu 100% und wenn du scheiterst, dann scheitere eben auch mit ganzem Herzen. Lache darüber, lerne und mache weiter. Und bevor man über jemanden denkt, er solle es einfach tun, anstatt es zu versuchen, sollte man sich bewusst machen, dass der Unterschied zwischen Tun und Versuchen ganz oft von den Voraussetzungen eines Einzelnen abhängt, die man eventuell gar nicht kennt. Für den einen ist es eine Leichtigkeit, von einem Stuhl aufzustehen, für den anderen eine unüberwindbare Hürde, weil zum Beispiel durch einen Unfall beide Beine gebrochen waren und derjenige sich ganz langsam das Aufstehen durch viele Versuche erarbeiten muss. Daran sollte man immer denken, bevor man leichtfertig sagt, du musst es einfach nur tun, anstatt zu versuchen. So, und damit bin ich am Ende der heutigen Etappe und ich freue mich, wenn du versuchst, auf der nächsten wieder mit dabei zu sein. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, naja, dann einfach bei mir auf Instagram kommentieren. Infos und Adressen findest du wie immer unten in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich auf dich und denk immer daran, lass es dir gut gehen auf deiner Lebensreise. Dein Dirk Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.